Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuen Video mit dabei seid. Ja, das ist mein erstes Video im Jahr 2016. Ich bin sehr froh, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und zwar möchte ich euch heute meine Jahresfavoriten aus dem Jahr 2015 zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe drei Kategorien für euch. Und zwar möchte ich anfangen mit meinen persönlichen Highlights aus dem vergangenen Jahr. Das war natürlich an aller, allererster Stelle die Geburt im Sommer von meinem zweiten Niffen. Und ich liebe den Kleinen über alles. Der ist so süß und so hübsch und das ist mein kleiner Prinz. Und ja, das ist natürlich das oberste Highlight des vergangenen Jahres. Des Weiteren waren so meine persönlichen Highlights, die mich selber betreffen. Einfach diese Punkte, dass ich ganz viel Zeit für mich selber genutzt habe. Deswegen ist auch YouTube zum Beispiel ein bisschen kürzer getreten, obwohl ich vorgehabt hatte, ein bisschen mehr an Videos zu drehen. Ich habe, glaube ich, nur sechs Videos oder so vergangenes Jahr gemacht, was viel zu wenig ist. Das möchte ich versuchen, dieses Jahr zu ändern. Ich hoffe, es klappt vom Zeitrahmen her ganz gut. Ja, ich habe halt letztes Jahr eine Ausbildung angefangen, was natürlich ziemlich ungewohnt ist für mein Alter, denn ich bin schon Mitte 20. Und da sind die meisten schon längst fertig. Aber bei mir läuft alles ein bisschen anders ab in meinem Leben. Deswegen, ja, habe ich jetzt eine Ausbildung angefangen letzten August und die natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich bin sehr froh über diesen Schritt. Dennoch bin ich sehr stolz auf mich, dass ich dann einfach für mich selber nicht zu kurz komme. Einfach mal in Ruhe entspanne oder Zeit für mich nehme, indem ich was lese, was in letzter Zeit wieder ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oder ob es ein Shoppingtrip war. Ich war in letzter Zeit oder im letzten Jahr zum Beispiel in Köln oder Frankfurt shoppen. Das sind so Großstädte bei mir in der Umgebung. Und ja, da komme ich einfach runter und komme einfach mal von diesem Alltag, Arbeiten, Schule und so ein bisschen raus. Oder halt Zeit für meine Familie und Freunde. Und dafür habe ich mir sehr viel Zeit im letzten Jahr genommen. Und ja, das sind so Favoriten von mir. Ein weiterer Punkt, worauf ich auch sehr stolz bin. Denn ich habe letzten März, das ist es gewesen, so eine Vielfalt im Frühling so rum, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe ja früher mal Sport zu Hause gemacht. Und dann hat mir das irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und dann habe ich halt den Schritt gewagt und mich im Fitnessstudio angemeldet. Und ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich das wirklich gut durchgezogen habe. Es gab so zwei, drei Wochen im letzten Jahr, wo ich das ein bisschen vernachlässigt habe. Gerade im Sommer so rum. Aber ansonsten habe ich es knallert durchgezogen. Ich bin anfangs immer dreimal in der Woche zum Fitness gegangen. Dann wegen der Arbeit natürlich muss ich das ein bisschen einschränken. Und jetzt gehe ich immer zweimal in der Woche. Aber ich bin sehr froh, dass ich es wirklich auch durchziehe. Und selbst wenn ich mal an Tagen, wo ich keine Lust habe und denke so, boah, ne, mach die überhaupt nicht auf die Couch legen. Schaffe ich es trotzdem dahin zu fahren. Und ich bin sehr stolz. Und man sieht auch wirklich schon erste Ergebnisse. Und jetzt, wenn es wieder bald März ist, dann möchte ich mal schauen, was sich so alles getan hat nach einem Jahr Sport. Und ich freue mich schon so mega drauf. Weil ich selber sehe ja schon Veränderungen. Und ich möchte halt auch mal wissen, ob es sich dann an den Maßen was getan hat. Aber vielleicht wird dazu ein extra Video kommen. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Und das wäre Fashion. Ich habe so einige Fashion-Teile, die ich euch ganz gerne mal zeigen möchte. Und mit anfangen möchte ich mit Blusen. Ich habe hier eine ärmellose Bluse. Es geht jetzt gar nicht speziell um dieses Teil. Sondern allgemein. Ich trage jetzt auch hier eine mit langen Ärmel. Aber ich habe Blusen für mich im vergangenen Jahr entdeckt. Und ich liebe die in allen möglichen Varianten und Farben und Mustern. Und das sind halt jetzt stellvertretend zufällig zwei Grüne. Die habe ich wirklich sehr, sehr gerne letztes Jahr getragen. Aber ich liebe einfach Blusen. Die sind so individuell einsetzbar. Egal ob schick und elegant oder lässig und alltagstauglich. Und ja, absolute Favoriten. Und es kommen immer mehr dazu. Dann habe ich eine Kunstlederjacke für euch. Die ich euch zeigen möchte. Für euch. Die ist natürlich mir. Aber ich möchte euch gerne zeigen. Die habe ich wahrscheinlich euch auch schon mal gezeigt. Die ist recht unspektakulär. Die hat hier so ein paar Nähte. Und ganz normal Reißverschluss. Hier so eine kleine Tasche auf jeder Seite. Hat einen Stehkragen. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu zeigen. Hier oben so zwei Druckknöpfe. Von hinten ganz simpel und einfach. Also die ist gar nicht spektakulär oder so. Aber ich mag die mega, mega gerne. Egal so als Übergangsjacke. Oder wenn es auch ein bisschen kühler war. Habe ich ganz gerne Fellweiße drüber getragen. Und die geht einfach immer. Und ich liebe die. Die ist übrigens von Noisy May. Die habe ich mir mal bei Asos bestellt. Ich weiß gar nicht, wo es die Marke sonst so gibt. Ich habe die mal bei Only gesehen. Da war die sogar schon reduziert gewesen im Herbst. Ich liebe die. Und die kann man einfach immer tragen. Dann habe ich meine absolute Lieblingshose im letzten Jahr gefunden. Und ich bin so froh, dass sie mir mitgenommen habe. Und zwar ist es diese Jeans hier. Wie man sieht, die hat hier an den Knien so zwei Löcher. Was natürlich sehr angesagt ist. Die ist sehr, sehr... Ja, ist eine Röhrenjeans. Sie ist sehr eng geschnitten. Hat hier an den Enden so einen Reißverschluss. Hat eine schöne Waschung. Ich finde nicht so extrem. Ich bin kein Fan von diesen extremen Waschungen in den Jeanshosen. Hat hinten zwei große Taschen. Was auch der einzigste Nachteil an dieser Hose ist. Die Taschen könnten für meinen Poppes ein bisschen kleiner sein. Aber ansonsten, die hat einen guten Stretchanteil. Die sitzt bomben, spitzenmäßig. Ich liebe diese Hose. Die ist übrigens von Zara Denim. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Modellbezeichnung die Hose hat. Aber ich glaube, einige kennen die. Die hat, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Und ich liebe die. Die sitzt so gut. Und als ich sie mir gekauft habe, ich konnte sie gar nicht abwarten zu tragen. Und dann, als sie in der Wäsche war, bzw. aus der Wäsche wieder rauskam, habe ich sie direkt wieder getragen. Ich liebe die. Und deswegen möchte ich euch noch eine weitere Hose zeigen. Die ist ebenfalls von Zara. Aber wie man direkt merkt, die ist ein Ticken heller. Und die hat auch am einen Knie nur so ein Loch. Okay, das war anfangs kein Loch. Das war erst nur so ein Schlitz. Aber im Laufe der Zeit ist es mir ein bisschen aufgegangen. Sogar an der Seite ein bisschen eingerissen. Aber es macht gar nichts. Ich liebe diese Hose. Die ist gerade geschnitten. Das ist jetzt nicht so eine typische Röhre. Sieht von Händen so aus. Und ich liebe diese Hose. Die ist ebenfalls von Zara, falls ich es noch nicht gesagt habe. Die nennt sich Zara Basic Denim. Genique bla bla bla. Eine Mid-Rice Skinny ist das. Ich habe sie mir auch eine Nummer größer geholt. Weil ich wollte unbedingt eine Boyfriend Jeans haben. Aber ich habe so viele anprobiert und mir stehen die einfach nicht. Ich bin dafür einfach zu klein und zu schmal. Aber die hier habe ich mir halt extra eine Nummer größer geholt. Damit sie auch einen Ticken lockerer sitzt. Ist mir dadurch oben ein bisschen zu weit. Aber mit dem Gürtel geht das schon. Und das ist so meine persönliche Boyfriend Jeans. Die ist halt nur ein bisschen lockerer und ist nicht so eng. Aber ich liebe die. Die passt auch zu so vielen Sachen. Und ich glaube, ich werde mir öfters Haarehosen bei Zara holen. Weil die sind gar nicht so teuer. Ich habe Zara früher immer so recht teuer in Erinnerung. Ich habe da auch sehr selten was gefunden. Aber in letzter Zeit, oh mein Gott, ich komme aus dem Zara nicht mehr raus, ohne was zu kaufen. Und ich fände die jeden Tag mehr hin. Und diesbezüglich würde ich auch schon mal ankündigen. Es wird ein Fashion Haul, ein riesen Fashion Haul als nächstes folgen. Und ich habe so viel gekauft. Unter anderem auch von Zara. Machen wir weiter mit Schuhen. Da habe ich ganze drei Paar, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und ich fange an mit Sandalen, die ich im Sommer super gerne getragen habe. Und zwar sind es diese Sandalen. Die sind halt so geschnürt. So, ja, so dünne Riemchen hat. Das ist ein Zinktrenner. Die sind in so einem wunderschönen braunen Konjakton. Sehr flach, wie so Flipflop-Sandalen sich gehört. Hat hier zwar so eine schnelle, aber ich schlüpfe immer so rein. Die habe ich mir bei JustFab bestellt. Ich habe hier ziemlich viele Schuhe von JustFab. Und das waren so meine Schuhe im Sommer. Hier sind die auch schon leicht kaputt. Die ich einfach super gerne getragen habe. Und das waren meine Favoriten. Und ich glaube, die werden nächsten Sommer auch ziemlich oft in Benutzung sein. Aber ich glaube, länger als nächsten Sommer werden die auch nicht durchhalten. Das weitere Paar, was ich euch zeigen möchte, sind Sneakers. Und zwar sind es meine... Meine Adidas Superstars Originals. Ich habe die klassischen in Weiß mit schwarzen Streifen. Ich wollte die unbedingt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon mal in einem Haul gezeigt habe. Aber ich habe die jetzt, glaube ich, auch schon fast ein Jahr. Ich war überall auf der Suche nach diesen Schuhen. Ich habe die nirgendwo gefunden. Jetzt waren da kleine Steinchen dran. Ich habe die, wie gesagt, nirgendwo gefunden in meiner Größe. Dann habe ich die mir bei Asos bestellt gehabt. Und ich kannte mich halt bei den Größen nicht aus. Deswegen, ähm... Ich brauche normalerweise in Sport schon so 37. Hab die aber, wie gesagt, nirgendwo gefunden. Und dann habe ich bei Asos die in der Größe 36 zwei Drittel bestellt. Ja, solche Größen gibt es auch. Und war mir anfangs unsicher. Hm, werden die passen? Oder werden die mir zu klein? Oder... Was macht meine Haare hier eigentlich? Ja, habe mich aber dann doch gewagt, die zu bestellen. Und die passen, ähm, wirklich gut. Und ich bin so froh darüber. Ich trage die ständig. Also man sieht mich so oft mit diesen Schuhen rumlaufen. Und deswegen sind die auch schon etwas schmutzig. Aber, ähm, ich liebe diese Schuhe einfach zu allem. Wirklich. Und, ähm... Ich werde die mir definitiv noch in einer anderen Farbe holen. Eine Freundin von mir hat mich jetzt angefixt, die in komplett schwarz zu holen. Äh, sie hat sie in komplett schwarz. Und ich liebe die. Und ich werde sie mir wahrscheinlich auch holen. Und meine Haare... Fingen mich etwas auf. Das letzte Paar Schuhe, was ich euch unbedingt zeigen möchte, sind meine Party-Schuhe. Die habe ich letztes Jahr super gerne getragen. Eigentlich auch schon davor und aktuell und eigentlich immer. Und zwar geht es um diese Mörderhacken. Ähm, ja, die sind wirklich killing it, ey. Oh mein Gott, guck dir das an. Ähm, die habe ich auch schon so mega, mega lange, die Schuhe. Deswegen sehen die auch schon so ein bisschen abgenutzt aus, abgetragen. Ähm, wir haben einen Mörderabsatz. So 15 cm und vorn hat es aber auch einen guten Plateau. Was man gar nicht denkt, diese Schuhe sind mega bequem. Und ich halte eine ganze Party-Nacht damit aus. Und ihr solltet wissen, wenn ich feiern gehe, ich bin eigentlich nur auf der Tanzfläche, ja. Das hat schon was zu bedeuten. Ich liebe die. Die sind an sich gar nicht so spektakulär. Die sind komplett schwarz. Sie haben hier so ein, ich würde sagen, Krokodil-Fake-Leder. Und hier, dieser mittlere Bereich. Und auf der Abseits sind das so Fake-Wildleder. Die sind sehr cool. Ich werde so oft auf die Schuhe angesprochen. Ähm, wobei die nichts Besonderes sind. Die sind auch irgendwie so No-Name-Schuhe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die mir mal online irgendwo bestellt. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Die habe ich bestimmt auch schon drei Jahre. Und ich liebe die. Und ich hoffe, die halten mir auch noch eine Weile, weil das sind meine absoluten Party-Lieblinge. Dann habe ich noch ein Accessoire. Und zwar ist es eine kleine Handtasche. So eine süße Clutch. Oder auch Portemonnaie. Wie auch immer. Ein 2-in-1-Produkt ist es. Hat hier einmal so einen Henkel. So zum Tragen. Kann man aber auch entfernen. Und dann einen silbernen Reißverschluss. Die Tasche ist eben schwarz-weiß gestreift. Die ist von Michael Kors. Ich liebe die Handtasche. Die habe ich euch auch schon mal in einem Haul gezeigt. Das ist auch schon ewig her. Aber ich benutze eigentlich immer, wenn ich feiern gehe. Die hat viele Fächer. Hier sowohl Kartenfächer, ein Handyfach und hier an der Seite nochmal ein Fach. Also die Tasche ist einfach super. Da passt das Allernötigste rein, was geht. Sogar ein Lippenstift. Ja, obwohl die Tasche sehr schmal ist. Aber das war es dann auch. Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten Kategorie. Und das ist auch die letzte. Und zwar Beauty und Make-up. Und dort möchte ich anfangen mit Lidschatten. Ich habe mich letztes Jahr gar nicht so oft so stark geschminkt. Aber wenn ich mich geschminkt habe, direkt zum Feiern gehen oder so, dann habe ich immer zu diesen zwei Paletten zurückgegriffen. Und zwar sind das meine zwei Naked-Paletten. Ich habe einmal die Naked 1 und die Naked 2. Ich muss dazu nicht viel sagen. Ich glaube, jeder kennt sie. Jeder mag sie. Und ja. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Farben. Ich habe die immer mal in Kombi gezeigt. Äh, gezeigt und benutzt. Mal die eine, mal die andere. Dann mal beide zusammen. Meine Lieblingsfarben waren zum Beispiel hier sowas wie Copper, Tees, Snakebites, Barstet Blackout. Habe ich auch immer benutzt, wenn es halt ein bisschen intensiver werden durfte. Das war von der Naked 2. Von der Naked 1 waren so meine Favoriten. Sin Naked. Naked war meine allererste Lidschattenfarbe von Urban Decay. Die habe ich auch als Monolidschatten. Ja, back auch, um das ein bisschen zu vertießen. Toasted mag ich auch mega gerne. Und Virgin so als Highlight. Ich liebe die Naked-Paletten. Die haben einfach eine super Qualität. Die halten echt lange. Lassen sich gut verblenden. Sind gut pigmentiert. Und ich werde mir definitiv noch die anderen Paletten davon holen. Es gibt ja noch die Naked 3. Und es gibt jetzt noch so eine Smoky-Palette. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Die hat sehr dunkle, intensive Farben. Und ja, viel, ja, so Smoky-Ace halt, wie der Name schon sagt. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und das war's zu den Lidschatten. Und dann mein absoluter Lieblings-Blush. Und ich glaube, ich habe euch in den vergangenen Jahren oder favoritigen Videos schon so oft diesen Blush gezeigt. Und zwar ist der von MAC. Das ist der Azalea in the Afternoon. Das ist ein Mineralize-Blush. Der war limitiert. Der war mal, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der war vorletztes Jahr sogar schon in der Sommer-LE. Das ist so ein Rosé-Ton mit silbernem Schimmer. Und ich liebe diesen Blush einfach. Ich verwende den wirklich, ungelogen, jeden Tag. Was man so für Mineralize-Blush kennt, die sind ja so erhaben. Die haben ja so eine Wölbung. Aber meinen habe ich schon so oft benutzt. Man sieht davon schon nichts mehr. Ja, ich werde euch am Ende des Videos noch ein paar Swatches und so nähere Aufnahmen einblenden. Und ich liebe diesen Blush einfach. Der geht immer. Der macht so einen schönen, frischen Teint. Und gerade zu meinem kalten Hauttyp passt der perfekt. Und falls ihr den noch irgendwo kriegen könnt oder sowas in der Art, liegt euch. Falls du auch ein kalter Hauttyp bist, auf jeden Fall, der sieht immer spitzenmäßig aus. Ich habe den noch heute leicht drauf. Kein anderen Highlight oder so. Und ich finde, es sieht einfach gut aus. Ja. Und ein weiteres Produkt fürs Gesicht, was ich absolut liebe, ist der Superstay Butter Skin Skin Perfecting Concealer von Maybelline. Den habe ich mir auch letztes Jahr gekauft. Der war mal im Angebot. Ich glaube, normal kostet der um 6, 7 Euro. Ich weiß nicht genau. Ich habe hier die Farbe 02 Light Clear. Und ich liebe den. Der deckt so gut. Der lässt sich gut verblenden und einarbeiten. Und ist gerade für Leute, die trockene Haut haben, wirklich super geeignet. Der meiner ist jetzt schon leer und ich muss den mir unbedingt nachkaufen. Der ist wirklich spitzenmäßig. Kommen wir zu einer richtig guten Mascara, ja. Ihr solltet wissen, ich habe ziemlich viele Mascaras und ich hatte mich mal entschlossen gehabt, ein bisschen auszusortieren und wirklich Mascaras zu benutzen. Und, beziehungsweise aufzubrauchen und dann auch wegzuschmeißen, damit ich mal alle durch habe und mir wirklich Mascaras kaufen kann, die wirklich für meine Wimpern geeignet sind. Und wie oft habe ich jetzt wirklich gesagt, oh mein Gott. Leute, ich bin ein bisschen raus. Ich muss erstmal wieder ein bisschen hier, ein bisschen, ein bisschen ins Videodrehen reinkommen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich seht euch nicht zu schnell und nicht zu einem wirres Zeug. Ich werde mein Bestes geben. Ja, nochmal. Ich habe ziemlich viele Mascaras, die ich ausprobiert habe und aussortiert habe. Und ich habe in meiner ganzen Sammlung eine Mascara gefunden, die einfach so gut ist, die ich absolut liebe, die für meine Wimpern so gut geeignet ist. Aber leider gibt es die nicht mehr. Ja, ich bin so enttäuscht von mir selber. Und zwar geht es um die L'Oreal Studio Secrets Professional 90 Grad Easy Mascara. Die ist einfach so gut. Die gibt es halt nicht mehr. Beziehungsweise ich habe nirgendwo mehr diesen Studio Secrets Theke gesehen. Das ist eine Mascara, auf den ersten Blick sieht die sehr unspektakulär aus. Sie hat ein ganz normales Borstenbürstchen. Also so ein Pinselbürstchen, genau. So nennen wir das mal. Recht unspektakulär, ganz normal. Die, wo halt volle Spitz zuläuft. Das Besondere an der ganzen Mascara ist eigentlich, dass man den Stiel halt so um 90 Grad drehen kann. Ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, nur einmal so verwendet. Ich benutze, oder ich hatte sie halt immer ganz normal benutzt. Das tut nichts an der Anwendung. Es soll wohl halt erleichtern, das Tuschen. Aber ich bin es halt so gewöhnt. Und deswegen habe ich es auch so gemacht. Anfangs war die ein bisschen, wie soll ich es sagen, ja nicht feucht. Aber ich habe damit anfangs immer mal mein Auge rumgekleckst. Aber umso öfters ich sie verwendet habe, umso öfters sie trockener wurde, sage ich mal, umso besser wurde das Ergebnis. Die hat gut getrennt. Sie hat aber auch einen mega Schwung gemacht, was ich einfach für meine Wippern brauche. Und ich liebe die Mascara, die ist jetzt leider leer. Und ich habe nichts Vergleichbares da. Falls du einen super Tipp für mich hast und sagst, hey, ich habe diese Mascara auch getestet. Und habe jetzt ein vergleichbares Produkt gefunden, das vielleicht sogar noch besser ist. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Oder schreibt mir über Instagram mit einem Foto. Oder auch über Snapchat, was ich jetzt ganz neu habe. Könnt ihr mir auch gerne folgen. Name verlinke ich euch in der Infobox. Dann wäre ich euch so dankbar dafür. Weil ich habe jetzt andere Mascaras, auch hochpreisige Mascaras, die einfach nicht an diese Mascara rankommen. Ja. Ich bin sehr zschuldig. Dann habe ich noch ein Produkt fürs Auge. Und zwar ist es von L'Oreal, der Super Liner Superstar. Das ist so ein Stifteinleiner mit einer sehr, sehr guten Spitzenspitze. Und der wird zum Ende hin halt ein bisschen breiter. Damit kann man halt dann auch guten, breiten Einleiner ziehen. Ich habe früher sehr selten bis gar nicht einen Eyeliner getragen. Und vergangenes Jahr habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Ich kann ja nicht genau sagen, was der gekostet hat, da ich den von meiner Mama bekommen habe. Und ich mag den wirklich sehr gerne. Ich komme gut damit zurecht. Und kann den auch wirklich nur empfehlen. Kommen wir zu den letzten Produkten. Und zwar geht es um Lippenprodukte. Da habe ich drei Lippenstifte, die ich euch ganz gerne mal zeigen möchte. Und zwar habe ich hier zwei knallige Lippenstifte. Ich habe auf vergangenes Jahr sehr gerne knallige Lippenstifte getragen. Dazu gehören von MAC ein matter Lippenstift. Der nennt sich No Four Pa. Der war auch mal, ich glaube vor... Der war jetzt nicht... Der war 2014 in der Winterkollektion, glaube ich. Genau. Und das ist halt so ein knalliges Pink, der super lange gehalten hat. Gerade durch das Matte Finish. Ich habe ihn geliebt und sehr oft getragen, wenn ich feiern gegangen bin. Und dann habe ich noch einen von L'Oreal Paris. Das ist aus dieser Colorige Collection Exclusive. Da habe ich Blacks Pure Red mir mal zugelegt. Und das ist so ein klassisches dunkles Rot. Ich habe mich letztes Jahr an Rottöne generell mal reingewagt. Und ich habe die auch sehr oft getragen. Ich habe aber auch so dunkle lila Töne wie Rebel von MAC getragen. Und die zwei waren jetzt nur stellvertretend, die ich sehr häufig und sehr gerne getragen habe. Wenn es aber mal für den Alltag etwas nudiger werden durfte. Es war ja letztes Jahr auch diese Kylie Jenner Nudes so angesagt. Und da habe ich für mich auch von MAC diesen Lippenstift entdeckt. Hat sich das jetzt gereimt? Und zwar ist es Brave. Das ist ein Satin Finish und das ist halt so ein dunkles Nude. Hat so ein Kylie Jenner Nude. Ich habe es sehr, sehr gern gemocht und habe ich häufig getragen. Auch mit einem Lip Liner dazu. Und ja, das waren meine Jahresfavoriten aus dem Jahr 2015. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Und ich habe nicht allzu würdes Zeug geredet. Ach, ich bin schon ganz durcheinander. Deswegen möchte ich dieses Video auch beenden. Das ist schon wieder viel zu lang geworden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Und bis dahin alles Gute. Ciao. Ich hätte beinahe das allerbeste Pflegeprodukt vergessen, euch zu zeigen. Und zwar ist es von The Body Shop die Kamillen Reinigungsbutter, die für jeden Hauttyp geeignet ist. Ich habe die ja auch durch andere YouTuber kennengelernt und habe es mir dann mal gekauft gehabt. Und ich bin so froh, dass ich das Geld dafür investiert habe. Weil ich glaube, die Dose kostet um die 13 Euro, obwohl hier nur 90ml enthalten sind. Und ich habe die so gerne benutzt. Meistens habe ich immer nur so ein Abschminktuch benutzt. Und damit dann mein Gesicht gereinigt und gleichzeitig auch gepflegt, weil es wirklich eine sehr sanfte Textur hat. Ist sehr, sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, reinigend, erfrischend, pflegend. Und ich mag das so gerne. Und ich habe die sogar schon fast aufgebraucht. Der ist nicht mehr viel drin, wie man sehen kann. Und ich liebe es. Och, der Geruch, der erinnert mich an meine Kindheit. Ich liebe diesen Duft von Kamille und Gänseblümchen. Und, mhm, Beste. Und, ja, ich habe die sehr gerne benutzt. Und ich werde mir die auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ihr solltet die unbedingt mal ausprobieren. So, das war es jetzt. So, das war es jetzt. So, das war es jetzt.